so leute und ach so weiter geht es bei laptop tycoon let's go genau das hatte ich ja schon längst gespielt also weiter geht es bei laptop tycoon auch mal wieder nach sehr sehr langer zeit okay okay mein prozessor nutbook erstellen genau prex a3 ach es ist es gerade einzelne arbeit dann warten wir mal eben ab bis das fertig ist und gucken wir uns dann mal halt mehr die bewertung dazu an ja minus 1060 aber ihr habt ihr wollt ich meine ich haue ich alle die füße kaputt ich sage ich ihr werdet alle sowas von ohr heftig wenn du mal mitarbeiter hier müssen wir mitarbeiter einschränklichkeit 36 jahre rating fünf erfahrung vier jahre ok immer mit fünf jahre erfahrung rating sie oh gut oh ha ach so das war schon so hier geht das noch schneller ach hier oben sehe ich das alles klar neuer rekord je mega mäßig so noch mal einfach ausgeglichen genau 50 50 perfekt let's go so ich rate den spielern davon ab ach mädel gut für die arbeit ein wenig laut der laptop ist super aber ich hätte gerne einen einen besseren sound wie waren mit dem kauf sehr zurück dankeschön leute ich danke euch das ist doch wohl lief von euch ja gut komm wir müssen jetzt äh ne ach so quatsch wir müssen was freischalten ne laptop breite wie viel habe ich denn nochmal 97 laptop höhe laptop dicke tastatur länge tastatur breite anschluss zum öffnen track obere ecke des laptops unsere ok mehr farben was ist das logo stil logo beleuchtung fingerabdruck scanner stil laptop material erstmal wichtiges bildschirm breite das ist interessant bildschirm höher nehmen wir ein bisschen mit äh 30 gut 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 dann hätten wir auch ein bisschen ecker machen können ok zack machen wir das schon mal so gut nein 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 laptop yeah let's go warte mal wie nannte ich den ersten laptop gut dann machen wir ja jetzt prex 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 SL LP für laptop 2 netbook erstellen prex SL LP 2 bing so schauen wir mal erstmal noch ein bisschen ne wollen wir nicht mal gleich zu weit gehen Laptop dicke bildschirm breite bildschirm höhe yeah moment mal Tastatur angucken ja genau Tastatur ja ein bisschen und Tastatur höher bingo ah äh Kamera position track gut machen auch ein bisschen und bisschen mehr so genau logo Moment halt mal kurz wieder zurück Kamera ne ne das bleibt so Anschluss zum öffnen ja nochmal ein bisschen breiter das haben wir schon genau jetzt geht es weiter mit untere Ecken jay cool nummer 4 bildschirmecken warte mal hä ah doch dann ist die Ecke weniger genau und natürlich auch weniger bildschirm x kann ich auch noch nichts machen ok ja gut hätten wir das schon mal gemacht Farbe äh ja mal so silber yep 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 so zack was ist das genau logo hinten drauf ne ahaha auch das logo dann werde ich auch ein eigenes machen Keine Transparenz Logo Beleuchtung Kann ich noch nicht machen Mein Logo, er kommt noch Oh, ist perfekt Zack Erstmal machen wir IPS rein Dass wir noch alles freischalten, genau Das kann ich noch hier machen Okay, wir gehen von der Aufsicht Wissen Wissen hören natürlich, dass es besser ist Genau, Nummer 3 Gut, machen wir jetzt 20 Hertz 120, uhuuu Geil So, das war's Ähm Machen wir ein Warte, machen wir I5 Ach so, Moment 150, dann I3 250, genau Machen wir jetzt I3 rein Aber hä, I5 351, wir machen lieber I5 Genau Jetzt müssen wir RAM Wissen wir Arbeitsspeicher SSD gut, wenn ich es mache Nummer 2 ist MSI Grafikkarte, MSI ist gut Können wir auch NVIDIA Ich will lieber NVIDIA HPP, NVIDIA, genau, genau Zack, machen wir mal die RT-RTX, uhuuu Nice Speicher der Grafikkarte Ein, okay, kann man noch nichts machen Anzahl der Kerne Nochmal auf 2 direkt So, okay, das sind wir auch schon mal Jetzt, zack, das hier Betriebssystem, Free Windows natürlich, hallo So, Lautstärke Zack, zack Stereo-Lautsprecher Zwei Zwei Zwei, so Okay Zack Wow, cool Zack und zack und zack und zack Ne, soll weiß bleiben Weiß gefällt mir Verpackungsmaterial Nachladung in Verpackung Zack Volle Ladezeit Perfekt Und let's go Wow Nix da Jetzt wird angepasst, die Preise Yeah Ich werde mal schauen, Leute Ob wir das hinkriegen können Dass ich diese beiden spielen Also, äh Smartphone Tycoon Und Laptop Tycoon In, ähm Nun Ultra-Wise-Win spielen kann, ne Wenn ich mal versuchen Gucken, ob ich das irgendwie einstellen lasse So, dann wollen wir uns mal Fertig stellen lassen Jawoll Jawoll Drei Jawoll Design-Technologie Wachs Wuuu Lalalala 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 Ah, ich habe hier eine RTX reingefeuert Bei dem Ding kann man auch schon ein bisschen Jetzt zockt mit dem Laptop Yeah Zock, zack, 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 zack Lalalala Lalalala Ach Moment, Leute Ich gucke sofort Da schon wieder tausend Sachen Mal mit Nachrichten So Verkauf Prex A3 Ist abgeschlossen Das wurde Häh, A3 Hä? Ah, A3 Habe ich die Genau Okay Jetzt heißt es Ab 4 Jetzt heißt es Prex SL LP So Prex SL Lp So Da bin ich übrigens auch auf meinen Gamer-Namen Äh Mein Let's Play Also auf meinen Let's Play-Kanal-Namen Bekommen Prex SL Und meinen Gamer-Namen Weil ich die Filme hier Prex genannt habe So Und dann habe ich bei YouTube Prex eingegeben Habe ich aber gesehen Okay, Prex gibt es das schon Und dann habe ich Prex SL genommen Yeah Prex SL Jupp erstellen mal Oh Mist Wow 2 mit 4 Ein preiskrissiger Laptop ohne mehr Uuuuh Es geht für die Arbeit mit einfach einer Aufgabe Yeah Der Laptop funktioniert nur 4 Tage Und dann war er außer Betrieb Oh Das ist schlecht Es dauert sehr lange Im Programm und Zeichen Selbst der Text kann man nur mit Versöhnung tippen Ach, ihr 2 Ja Ihr blöden Nögelköpfe da, ey So Yeah Gut Dann machen wir schnell den nächsten JLP3 Warte mal Stopp Moment Okay Okay Will wir mal ein bisschen noch was freischalten jetzt Was jetzt Oh Was habe ich den Monat nicht so Wow Aber Ich habe richtig viel Gut Ähm Speicher der Grafikkarte Genau Einmal das Genau Mehr kann ich gar Hört Doch Ach Das müssen wir die Prozessorerstellung machen Richtig Ich verstehe Anzahl der Kerne Ja Das war's Zack Das war schon Mehr kann ich nicht machen Nicht so schlafen Schlag So So Zack Yeah Jetzt kann ich mehr Kerne verpassen So Prex SL LP3 Das ist alles noch ein bisschen höher Nein 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 Drei Okay Zack Genau Ja Yeah Zack Bleibt alles so Anschluss zum öffnen Ja Wieder so Yeah Yep Oberecke Zack Und zack Und zack Zack Und zack So Perfekt Die hat auch Farbe Machen wir mal Ein blauen Laptippchen Das ist doch mal cool Blau Hä Verstehe ich nicht Was ist das jetzt Hä 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 Wieso ist das denn grau Das verstehe ich nicht Komisch Merkwürdig Okay Der ist schon blau Stimmig Das ist doch blau Aber nie so das blau Wie das eigentlich sein soll Naja Na gut So Zack Ja Eigenes Logo Wie gesagt Kommt noch Ne So Zack Ja Machen wir mal das mit rein Zack Gehäusematerial Gut Spezielles Design Was heißt das Spezielles Okay Okay Transport Cool Jo Nehmen wir mit rein Mega Und mess Ey Das ist tatsächlich Für mich Richtig cool So EPS Zack Ach Ich hätte den höher Auf Den zu machen Dann Mist Ne Gehäusematerial Ist so spät Und das 20 Hertz Zack So Zack Zack Gut Machen wir jetzt I9 rein Genau So Wir machen das Hier I9 So Ach Nummer 2 Ja Schlepp Warte Warte Wieder Nvidia Video Quattro GTX Zack Ja Perfekt Ja Wunderbar Sehr schön Perfekt So Natürlich Windows Ist doch Voll logisch Sag mal Lalalalalala JDL ist halt gut Schauen wir auf das jetzt Jawoll Zack Sack Perfekt Mehr Farben Mehr Farben Das bleibt aber so 9 5 Stunden 4 Stunden Genau Perfekt Let's go So, das ist jetzt auch der letzte Laptop wieder in der Folge, also jede Folge, wenn es klappt, immer zwei Laptöpfchen, ne, joa, weißt du, jetzt noch mache ich noch einmal das Büro auf, damit das noch schneller geht, ne, ja, wir müssen viel schneller mehr davon reinkriegen, oder, ach so, wow, Cabana Tara, Büro, ja, let's go, yeah, let's go, yep, yeah, so, weiter Mitarbeiter ist einstellen, ja, nimm mal schon mal mit, ja, nimm mal mit, können noch dazulernen, Rating 2, High Red, High Red, nimm mal mit, gut, nimm mal mit, eine auf, das weiße mal, nimm mal, nimm mal, ach, das war schon, okay, yeah, jetzt geht's auf, wow, plus 2, okay, jo, jawoll, oh, mach mal schneller fertig, yeah, wow, ja, aber die, die, die Punkte, die Erfahrungspunkte kommen nicht so schnell dazu, LP2 ist abgeschlossen, perfekt, ich hab 166 Millionen, wow, wow, ey, na, da ist ein bisschen was weggegangen, ja, komm, ist ja nicht schlimm, 528 Fans, muss schon sagen, die Fans sind ganz schön lebensmüde, aber okay, so, diese Woche, Leute, mache ich jetzt mehr dieser Let's Plays, ne, also mal so ein bisschen hier, Gartensimulator, Laptop, Smartphone, Cooking, ne, jede Woche immer was anderes, also immer eine Woche mal andere Spiele, ne, und dann, ja, in der nächsten Woche mache ich dann mal wieder Pokémon MMO 3D, plus auch ein paar andere Sachen, wow, woooo, wunderschön mit mir, große�ke Leistung, wir waren mit dem Chaos zufrieden, es hat mir gefallen, wunderschön, aber, waa, mega toll mit mir, waaa, mega Ottmetzig, jawoll, Perfekt, ja, Leute, hat ja, wunderschön geklappt, muss ich schon sagen, ne, aber nur 53 Dings, da, was ist das denn, egal, In der nächsten Folge geht es dann weiter Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei Left of Tycoon, bye!